hey leute was geht pro uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf dem focus clan channel und heute gibt es wieder eine runde pro clubs ich bin diesmal auch wieder am start nicht nur eine folge mit style und so cool und es sind sogar noch viel mehr leute am start nämlich einige von euch aus der community wir haben auf dem twitter channel vom focus clan gefragt ob welche von euch mitspielen wollten weil wir ein elf mann sport machen wollten und das ist jetzt der fall ist könnt ihr mal alle hallo sagen grüße sind auf jeden fall alle auf dem discord style unser cool wie gesagt auch wo ist das cool eigentlich gerade in der mannschaft aber zeit die m style rechtes offensives mittelfeldlich rechter stürmer wir nehmen die rechte seite ein und die community halt das restliche team ja wir machen zwei matches wir suchen schon mal die gegner mal schauen wie die menschen laufen schütt sich da leonidas auf geht's hat er echt raus kommt wo auch was denn los mit also gleich gehen die alle baden machen wir jetzt den style gut ja der kann keine volleys ich glaube wir müssen noch freischalten das weiter was mache ich ja was macht denn die denn da ein kontroller was soll ich machen in der mitte ist frei schade jungs weiter geht's stellungspiel 99 da ist halt wieder das eigentor vom dave nicht auf mich ich mache wieder scheiße schade nicht mit links kann ich glaube ich auch nichts mein charakter ist so ein bob das ist das liegt nicht an mir wirklich nicht jetzt mach ihn zwei los wo er wusste ja genau dass er dir geht nein das war ein rückpass der sollte nicht dahin aber auch gut stylo kurzes egg kurzes egg passt ihr habt doch gesagt man soll das machen was man eigentlich macht ich versuche mal mit drei mann torwart doppeln das seit herrn richtiges tänzchen der was machen die schütze ich da halb mal ab die scheiße das muss abseits sein gott sauber schön gehalten ganz stark der sebo der hat die skills hier wie dann immer mit diesem xyppel spieler ein tor macht ich verstehe ich hab mir sehr ehrlich in jedem match getroffen das ist die richtige aufnahme oh shit souverän abgetaucht hey cold jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee da muss es doch wenigstens einen freundschuss geben äh ist es entweder er spielt den ball oder er spielt nicht so hä 11 11er! Nice! Du hast die zweite Rolle! Mach ihn bitte! Jawoll! Auf gehts! Da geht noch ne Ballrolle! Ecke schön blank! Da geht noch ne Ballrolle! Da kommen die 30 Pace! Ey, der Computer rast sieht richtig aus! Perfekt! Das kann nicht sein! Wohin? Ich hab nach oben gedrückt! Egal, mach die jetzt! Mach das Tor wenigstens! Die Ballrolle! Hat geleckt! Starr! Gute Absprache! Der Taktik haben wir richtig gearbeitet! Der Taktik sah aus wie bei den Deutschen! Stark! Jawoll! Jawoll! Äh! Jetzt haben Warkul ich und Deni getroffen! Auf gehts! Ich auch. Ja, du auch. Zeig. Um. Nice. Auf geht's. Da klappt die Ballrolle mal. GG. Da wird auch schön sein Gedab. Jawoll. Nice. Auf geht's. Zweites Match. Zweiter Dreier muss her. SMB 93. Boah, Boys. 7-1. Komm. Was? Eigentlich ein Pass. Schade, war knapp. Komm, mach ihn. Jawoll. Auf geht's. Keeper. Ja. Bin da. Da ist die Alibi-Versame. Oh, der Ball läuft. Das ist ja wunderbar. Und dann kommt Stylo. Oh, Stylo. Oh, Stylo. Oh, der kommt nochmal. Boah, der kommt nochmal. Kiefer. Boah, das sieht ja richtig gut aus. Ey. Bumski, Junge. Wieder dieser KI-Bohmann. Der kriegt in jeder Folge sein Fact weg. Nein. Du musst doch schnell Vorlagen machen. Die auf Kampen. Komm jetzt, hast du meine Vorlagen. Nice. Oh nein. Hat der Torwart. Hat der Torwart. Ich stecke Torfest. Ich bin hier raus. 7-1 scheint realistisch, wenn wir so weiter machen. Die 1 ist unrealistisch. Nach der WM sollten wir nicht mehr so reden, Mann. Das ist nicht gut. Doch. Kommt. Boah. Der ist fertig im Strafraum. Ja. Was? Nein. Der ist sowohl im eigenen. Der ist sowohl im eigenen Strafraum. Halt's ab. Ey. Hör doch auf, Stylo, zu krank. Hör doch auf. Hör doch auf. Der war nervös. Schick. Hä? Ich spiel den Abstand auf 7. Also bis Danny den verarbeitet hat. Hey. Das ist das ehrlichste. Komm. Komm, komm, komm. Stark rausgeholt, Danny, Junge. Danke, danke. Hör doch auf. Hör doch auf mit neuen Schützen. Ey. Das war der erste Elfmeter. 10 Stück hab ich schon reingemacht. Was? Jawoll. Der war schlimm. Nice. Sauber an den Schützen. Ach so, das war ja ich. Nach so einem Elfer muss man auch sowas raus sagen. So. Stark. Stark. Style mit dem Headtrick, oder auch nicht? Jawoll. Ibu. Er hat richtig Angst vor. Kopfwelle. Ja, Mann. Nein. Der Stärke, Mann. Was geht hier schon wieder? Ui, was ist das? Stark, Keeper. Jawoll. Sortieren. Unten. Er kann einfach Fallrückzieher als Verteidiger. Oh Gott. Hat der Keeper. Oh. Nein. Jetzt muss man doch noch vier machen. Jetzt muss man noch vier machen. Warum leckt das so? Ja, Mann. Ich dachte, das leckt nur bei dir. Ja, aber das ist... Ne, ne. Das ist bei allen gerade, glaube ich. Jo. Erstmal runter. Und das läuft jetzt flüssig, oder was? Wir sind in Wien am Glitchen. Da ist der nächste Win. Jo, das war's noch schon soweit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das nächste Mal bei uns im Team dabei sein wollt, dann folgt auf jeden Fall den Fokus-Klan auf allen Kanälen. Twitter, Facebook, Instagram, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst gerne mal ein Follow da. Wir sind raus, Leute. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.